hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft wir sind hier noch in unserem tunnel dran ich hoffe mal dass das so klappt wie ich mir das hier denke ich hoffe jetzt haben wir natürlich keine erde mehr brauchen wir ja nicht da fehlt uns noch ein glas wir brauchen erde ok wir müssen uns mal eben erde holen die alten meckerziegen da können wir hier runter gehen so nehmen wir uns mal eben den 64er stick mit und dann müsste das im blick müsste das ja schon reichen aber wir haben glaube ich einen fehler gemacht in unserer konstruktion das können wir vielleicht das können wir nicht dann muss ich das wahrscheinlich von hier machen wo ist denn der Kies Kies wollen wir auch so Lutsch da müssen wir das hier machen es tut mir leid aber So, jetzt müssen wir nur noch hier Okay Dann könnte das ja schon funktionieren Dann kann ich schüppeln doch Oh, das sieht bis jetzt ja Okay, Schüppel hat sich dann erledigt, okay Haben wir keine andere Schüppel mehr So, ah, supi Nein, nein, da kommt wieder Wasser rein Nein, 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 nein Warum kommt denn da Wasser rein? Was soll denn der Scheiße? Ah, ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen bauen So So, dann müsste das jetzt aber funktionieren Oh, das tut mir jetzt aber leid Oh, cool Schwupp 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 Wow, dann hätten wir so weit unser Tunnel für dich Und wir haben nicht mehr genug Glas Ja, das ist natürlich jetzt nicht so schön Können wir da weg jetzt Oh, uns fehlt Glas So, dann müssen wir ein wenig Sand holen Schwuppdi-dupp Aber jetzt gehen wir nochmal da durch Und dann, ich glaube hier machen wir noch was anders Ich glaube hier werden wir unseren So Schwupp 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 Ziegel Also langsam reicht jetzt So Und zack Und zack Und zack Wolli, geh doch mal weg jetzt Husch husch So 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 Und dann haben wir einen direkten Durchgang auf die andere Seite Wow, das ist cool Ja, das gefällt mir Jetzt müssen wir noch ein bisschen Sand haben Hier ist ja ganz viel Sand Oh ja, hier Oh So So Dann nehmen wir uns mal ein bisschen Sand mit Das geht ja gar nicht So, ich komme Schwupp 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 So Dann nehmen wir uns mal den ganzen Sand hier mit Jetzt schauen wir mal, wie viel Sand haben wir hier Jetzt sind wir mal 50 Sand Stück Dann machen wir die 64 Mal voll Komm Dann gehen wir mal auf die andere Seite Ich glaube da ist ein bisschen einfacher Wie 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 aber jetzt 62 okay so das sollte reichen scharf müssen wir es noch eben schnell einschmelzen und dann haben wir sind das war das sieht cool aus oder nicht ein unter ein dunnel durchs wasser durchs wasser ja schön gut war so ein kleine okay dann gehen wir jetzt mal ganz schnell ins haus und schmelzen noch das glas und dann haben wir das soweit schon fertig 64 blöcke und dann machen wir eben alle kohlen rein und tschüss so haben wir das wieder runter die kiste die steintreppen die kinder weiter sonst haben wir hier gar nichts mehr so dabei da ist eine erde drin so dass wir jetzt mal eben hier in unserer lager häusli können wir jetzt einfach ein bisschen ernten oh ja ein delphi ein delphi hallo cool schön das ist aber schön so jetzt geht es los hier da müssen wir mal ein paar mitnehmen zuckerrohren könnten wir mal mitnehmen zum neuen pflanzen jetzt haben wir dennoch hier das fleisch lassen wir da so immer die 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 das das noch mal da geht es kommt da ja können wir auch gelassen 10 eier so das können wir hier lassen nicht klar ja den faden lassen auch hier vier stück sechs schleim bälle die steine tun jetzt auch wieder rein und das tun wir auch hier rein die nehmen wir mit die kommen in die andere kiste die eier kommen auch hier raus die zwei bei die eier kommen hierbei so dann haben wir das da laufen die dadurch meinen tunnel ich glaube das nicht so dann haben wir das jetzt mal fertig seit der offenbar noch einen augenblick dann nehmen wir mal eben uns damit glücklich tun hier ein wenig zu verschönern so nehmen sie mal aufpassen ist klar gehen wir meine freundin schlange wow cool okay und der zuckerrohr ist auch ganz schön gewachsen wir haben wieder neuen weizen sieben stück so ist immer gucken der wächst da wie der teufel so ist immer den erst mal 23 super oder noch mehr willst du mal raus sag mal ich glaube das heißt nicht du gehst jetzt mal hier weg aber ganz schnell mein freund aber ganz schnell so nehmen wir mal gucken ok so jetzt haben wir hier unser zuckerrohr fehl zack machen wir doch noch was raus so ich will aber keine wiese haben was sollen das hier hallo und noch ein bisschen zuckerrohr anbauen hallo es gibt nicht das ungepflügt ist gut dann müssen wir aber eben bisschen so gut was macht ihr keinen fehler kinders kein brot ich will kein brot ich will die erde so jetzt machen wir wieder neue erde hin dann können wir hier auch noch zuckerrohr fehlzen so dann haben wir ganz viel zuckerrohr du willst du denn unser weizenfeld sieht nicht gut aus ich glaube wir müssen das mal ganz neu machen jetzt fängt es an zu regnen super super wetter aber dafür haben wir viel geschafft